Das ist voll schön hier. Ah, guck mal, ein Haus da drüben. Ein Haus, da gehen wir hin. Ah, da ist was, da ist was, da ist was. Das ist ein Haus mit dem Wasser. Nass. Ja, das weiß ich. Oh, wo sind wir denn hier gelandet? Wir können kein Deutsch. Cheetah. Oh, das kann sein. Oh, wo gehen wir denn hin? Ich weiß nicht, hier ist es voll schön. Ich genieße ja gerade die Zeit, die ich hier habe. Oh, guck mal, da ist jemand da hinten. Ah, hallo. Guten Abend. Hallo. Alles gut? Alles gut? Hallo? Alles gut? Ja? Bitte, alles gut? Ja? Oh, ja. Freut mich. Oh, ich bin ganz alleine. Du auch, ne? Ja, ich weiß. Ich weiß. Ähm. Äh. Wo sind wir denn hier? Hallo? Guck mal, da ist ein Kraftwerk. Hm. Was machen wir denn jetzt? Hm. Ich habe eine Idee. Ich habe eine Idee. Stein. Stein ist immer gut. Stein ist immer gut, ja. Guck mal. Kann man sogar gegenwerfen. Ne, gegenwerfen habe ich ja gesagt. Oh, geil. Kein Loch drin. Was ist denn hier los? Ah, hier ist eine ganze Menge los, ey. Oh, guck mal. Ein Haus. Ein Haus mit Wände. Oh. Oh, ein Haus mit Wände. Oh. Oh, guck mal. Noch ein Haus mit Wände. Oh, das ist so spannend. Moment. Aber ohne Tür. Ohne. Doch, hier. Da. Hallo. Guten Tag. Hallo. Guten Tag. Aufmachen. Naja. Wie auch immer. Oh, noch ein Haus. Oh, ja. Noch ein Haus. Ja. Oh, schön. Oh. Oh, hier ist nichts los. Oh, guck mal. Ein Haus ohne Wände. Ein Haus ohne Wände. Da gehe ich jetzt hin. Ein Haus ohne Wände. Oh. Ist ja gar nichts mehr. Oh, guck mal. Stabilität. 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 Oh, keine Ahnung. Ein Haus mit Stabilität. Oh, guck mal. Ich habe was gefunden. Noch ein Haus. Oh, guck mal. Ein Haus. Oh, da ist jemand. Guck mal. Oh, schläft jemand. Mal Heier machen. Oh, mein Stein. Stein. Hallo. Wo bist du? Ah, Stein. Stein, wo bist du? Ein Stein ist weggerollt. Ich habe jemanden geschlagen und dann ist ein Stein weggerollt. Wo ist das dann? Oh, guck mal. Stein. Mein Stein. Oh, hier ist auch ein Häuschen. Das ist unter Wasser. Mach ich schlafen. Oh, hier ist nichts. Hier ist noch ein Haus. Oh, guck mal. Das ist ein großes... Oh, guck mal. Oh, ich habe was zu essen. Jo. Oh, hier sind ganz viele Häuser. Mann, ist das hier entspannend. Oh, was ist das da hinten? Eine Tankstelle oder sowas? Oh, da müssen wir mal hin. Was? Ein Flugzeug? Ist hier noch ein Flugzeug? Okay. Okay. Gibt es sowas hier? Guck mal. Vielleicht finden wir ja Freunde. Äh. Hallo. Guten Tag. Guten Abend. Äh. Guten Tag. Ähm. Oh, Strom. Strom. Ganz viel Strom. Ja. Strom. Oh, warte mal. Strom. Mann. Ist ja steinschwer. Hört sich schwer an. So. Okay. Oh, hier ist ja auch ein Haus. Oh, guck mal. Oh. Was haben wir denn hier? Da kann man runtergehen. Ist schon wieder so eine Mine? Oh Gott, das geht tief runter. Oh Gott. Oh Gott. Das ist ziemlich tief. Ja, das kennt man sich. Tö, 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 tö. Bum, bum, bum. Hier ist eine ganze Menge. Da vorne ist was. Da ist noch was. Da ist ein Pferd. Das klauen wir jetzt mal. Das gehört mir. Und weg hier. Hä, mein Pferd. Mein Pferd. Höhöhöh. Ich hab ein Pferd. Oh. Okay. Ist das schön. Ist das schön. Ein Pferd. Oh. Hier bleiben. Pferd. Ah. Oh. Oh. Was ist das? Hilfe. Hilfe. Ähm. Ja. Oh. Du. Oh. Schon wieder massiv von vorne beginnen. Oh, guck mal. Hier waren wir doch schon vorhin mal. Hier in der Hütte. Hier war auch ja jemand. Der hat irgendwie gesungen hier vorhin. Dann hab ich außerdem das Spiel verlassen gemacht. Oh. Das kann passieren. Manchmal. Das kann passieren. Ja. Hallo. Ist hier jemand? Hallo. Guten Abend. Hallo. Hallo. Ich hab mich verlaufen hier. Oder verloren. Das ist doch bei derselbe, oder? Keine Ahnung. Oh. Hier geht's richtig ab. Oh Gott. Hier ist aber was los. Wo bin ich denn hier schon wieder? Da kommt das her. Da hinten. Oh. Guck mal. Da unten läuft jemand. Oh. Guck mal. Da geh ich jetzt hin. Vielleicht kennt er mich ja. Ich muss ganz ruhig sein. Vielleicht macht er ja ganz, ganz, ganz komische Sachen mit mir. Oh. Guck mal. Da rennt er. Er muss leise sein. Jetzt hört er mich. Cool. Er rennt und rennt und rennt in Wasser. Oh. Ganz vorsichtig. Sonst sieht er mich. Er hat mich nicht gesehen. Alles gut. Oh. Mein Stein ist weg. Hinterher. Hinterher. Fackel. Vielleicht sieht er mich nicht. Äh. Ha. Oh. Jetzt wird's dunkel. Jetzt wird's sehr dunkel. Oh. Ja. Ja. Komm her. Komm her. Komm her. Mann. Komm her. Komm her. Komm her. Komm her. Oh. 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 Oh Gott. Und er hat ja selber nicht viele Sachen angehabt. Aber. Ähm. Naja. Ich hab's fast geschafft. Er. Was ist roh? Was ist der Kino? sauber